Jetzt geht's los. Hallihallo, die weite Welt, Sonnenschein, wunderbar. Gestern habt ihr ja recht an Spaß gehabt und ich dann auch. Gestern ist mir ein Bord gewachsen, so auf die Gache. Aber mir hat der Bord gefallen, weil er so ein bisschen so einen Swarovski-Einschlag gehabt hat. Also, fantastisch. Also, heute wünschen Sie mir der Wenz ohne Part was und was ich heute gedruckt habe. Aber ich glaube, heute bin ich normal, unter Anführungszeichen, wenn man das normal bezeichnen kann. So, einen feinen Duft vom Roland haben wir Palo Santo. Wie wachelt er? Ist schon. Rennst du schon? Ja, ich schaue noch, wo ich mich hinstellen muss. Gestern hat der Roland nicht im Bild, da sind ein paar Hoppala's passiert. Aber heute werden wir das wieder hinkriegen. Palo Santo ist ein südamerikanisches Holz und die Südamerikaner verwenden dieses feine Holz, das sehr viel Harzanteil hat für Heilungsrituale. Yes! Bravo! Unser dickiger Applaus für alle, die für uns arbeiten. Danke! Schürzlich! Heute spüren wir einen schönen Rhythmus und zwar die wahre Hingabe. Die wahre Hingabe. Die ließigte Sonntag. Genau. Ein Sonntagsrhythmus. Musik 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 Dankeschön Namaste, alles Gute für euch und bis zu, locker bleiben aber nicht locker lassen und wie immer randfrei Zonen erschaffen bis morgen Busen an die ganze Welt Grüß euch